wupsalat stopp ach so noch eine kiste war ich irgendwie noch gar nicht nur kann er sein was gibt es tut mir leid ich bin ganz verschwitzt weißt du über sturm schrecken der drache ist schrecklich aber ich mache mir keine großen worgen dann wird uns und ganz monstadt beschützen wenn ich da mitglied der ritter wäre ich wünschte ich könnte anscheinend seite kämpfen es ist nicht stimme nur für ach ich imitiere nur chance technik jedes mal wenn sie schwer zückt sieht man genau dass sie das zeug zur anführerin eine solche technik werden sicher nur leute mit einem starken geist anwenden können ich darf demnach nicht einfach nur reine kraft trainieren ich mich jetzt oft muss mich jetzt auch auf die stärkung meines geistes konzentrieren ist denn der teleportation punkt bitte da drin ich komme leider nicht bis auch kann man ja mal machen aha das ist ja interessant ach hallo manchmal sollte man einfach mal auf die und so interessant da unten ist eine gut zu wissen dass da ein teleportation punkt ist interessant wer hätte es gedacht steht nichts oder hallo ist ja ich interessant hier ja schön hier so zu stehen ja redammt da wollte ich gar nicht runter ok ihr süßen wir gucken mal weiter wie gesagt es gibt ja noch einige noch die ja hier würde ich alle gerne mal jetzt in angriff nehmen wenn das für euch okay ist warum ist hier ein scheiß wetter hallo ok so da muss ich hin da da oben ok also ich gehe ich gehe auf jeden fall erstmal hier hoch ich habe wieder so einen umweg laufen ich habe wieder so einen umweg laufen ich habe wieder so einen umweg laufen hat schon mal jemand gesagt dass das wetter grad etwas schmerz ist tschuldigung möchte da komme ich jetzt nicht so auf warum ist denn das immer hoch das wird nichts ok 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 ich schaue das nicht das ist zu hoch doof schön hier wie komme ich denn jetzt ich muss dahin tschuldigung mann ich weiß auch nicht was gerade los ja aber auch nirgendwo hoch was ist denn das hier okay ich muss definitiv einmal komplett rum hier könnte es aber was werden da ist auch noch einer ach guck mal schön bären neu ja ich nehme das mal eben danke du hast doch nur einer wappel oder da ist noch eine ja läuft gut heute war da ist okay freigeschaltet dann wollen wir mal in diese richtung gehen da ist ja auch noch einer aber es ist euch nicht zu langweilig dass wir jetzt einfach nur so ein bisschen kreuz und quer und mal hier und mal da machen äh nein oh okay au hallo willkommen kommen oh ne möge danke au hast du dir wohl gedacht jetzt möchte ich aber erstmal die truhe holen irgendwo dort ist der da ist ja 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 ihr mich auch ja ne nix herausforderungen starten okay oh es wird wieder schönes wettern abgefällt mir doch das ist nicht so schlimm, das macht gar nichts das hast du dir wohl so gedenkt, wo nicht ich kann mich daran in den sinn dass du gerade schon irgendwie haut aber auch schon ganz schön gut zu muss ich sagen so na Na, sag mal. Sag mal, was soll das denn hier? Aua. Scheiße, ne? Wenn man so eingefallen ist, ist es schon echt doob. Ja, du kriegst mal richtig einen auf den Deckel. Tschüss. Okay. Ja, sehr schön. Ähm, da oben ist eine Kiste. Oder... Die hier nicht gerade angezeigt hat, hier eine Kiste ist? Na, egal. So, ich möchte jetzt aber endgültig diesen Teleportationspunkt machen. Warte mal. Oh, das ist, äh... Das dauert aber jen schön lange, du, muss man ja mal sagen. Hallo. Das Teil. Ja, das ist doch schön. So. Ich bin noch nicht so weitergekommen hier, ne? Irgendwie war... Was ist das? Äh, okay. Eine hübsche Truhe. Ja, das sammeln wir doch gerne alles ein. Äh, ich muss da oben rauf, ne? Und dann da rein. Hallo. Ich wollte einen Teleportationspunkt irgendwie machen. Ihr merkt schon, ne? Läuft. Oh. Ciao Ciao